Da haben wir die Green Carry 1 und es ist dieser Extremwetter Tag, der 7. Februar. Ich kann die einfach mal ein bisschen in den Hafen vergeben, um euch zu zeigen, wie es jetzt gerade hier aussieht bei der Green Carry 1. Vorne offen, hinten offen. Es ist echt kalt und gut aussehen, tut es so. Also, ich gehe mal an den nächsten Ort und gucke mal, was ich noch aufnehmen kann. Oh Mann, das pfeift hier wirklich wie wild. Aber der Blick ist eigentlich gar nicht so ganz schlecht, oder? Ich habe letztens schon das Schiff aufgenommen. Meine Güte, da kann man ja auch nicht verstehen. Die Fähre aufgenommen von der anderen Seite, da kann man jetzt heute nicht ran. Meine Güte, ich hoffe, dass das akzeptabel ist vom Ton her. Ja, ey, das ist mir wirklich leid. Kann hier aber nicht hinladen. Okay, guck mal, ich bin hier an so einem Gitter. Und nehme einfach jetzt mal so ein bisschen auf. Meine Güte, was ist denn das? Wahrscheinlich stärkst du das Binnen? Das reicht. Ich mache gleich noch einen Aufsicht von der anderen Seite. Da habe ich gesehen, dass das ganz gut geht. Wenn du mehr Videos in der Art sehen willst, dann schau meinen Kanal. Ich habe nämlich schon ein paar andere Videos mit der Green Ferry gemacht. Oder wenn du magst, abonniere auch den Kanal, weil ich einfach mehrere Videos noch auf dem werde vermutlich heute. Spätestens wenn wir auf dem Schiff sind. Hey, ab dem ersten Jahr. Darauf freue ich mich schon sehr. Oh Mann, ist das ein Wind heute. Aber sie scheint ja wirklich da ruhig zu liegen. Auch wenn sie jetzt natürlich verteut ist. Aber ich habe schon andere Schiffe jetzt gesehen in den letzten zwei Tagen. Die richtig im Hafen schwanken. Schon ein gutes Zeichen, finde ich, für ein ruhiges Schiff. So sieht es aus. Die Green Ferry 1 von vorne. Und ich zeige euch gleich nochmal, wie extrem auch hier im neuen Fischereihafen die Wellenbewegung ist. Also es ist echt stürmisch. Höch. Höch. Ach ja. Ja, ich muss sagen, ich freue mich auf die Schifffahrt. Die erste. Und wahrscheinlich alle, die jetzt hier gehen, auch. Weil ihr Interesse da vorstellt. Na gut. Dann strecken wir jetzt nochmal rüber ins Hafenbecken. So sieht es aus. Und da nochmal rüber. Dann hört ihr, wie das pfeift, ne? Oh yes. Oh. Okay. Ich fühle, dass ihr das Video sehen wollt. So, okay, richtig schön. Viel Spaß. Äh, bis jetzt den nächsten Mal. Also, wenn der Kurs rauskommt, ist, dass es noch einfach zu uns weiß noch nicht. Danke fürs Abonnieren und den Kommentar und teilen es überhaupt. Tschöö.